Geschäftsstrategie Entwicklung Teil 5, die Willingness-to-Pay-Drivers. Willingness-to-Pay-Drivers sind Faktoren, für die ich bereit bin, mehr Geld für eine Dienstleistung oder ein Produkt zu bezahlen. Also ist es wichtig, dass meine Firma viele solcher Willingness-to-Pay-Drivers oder eben Differenzierungsmerkmale aufweist. Dafür gibt es eine Matrix und die fülle ich als erstes mal ab. Das heisst, in der ersten Spalte lege ich hier alle diese möglichen Wettbewerbsvorteile oder eben Willingness-to-Pay-Drivers ab. Und in einem zweiten Schritt füge ich dann diese Clusters, welche ich aus dem Positionierungskreuz habe, ein. Und das von Worst in Industry bis Best in Industry. Eins ums andere natürlich auch meine eigene Firma. Und sehe dann eine Verteilung. Als letztes gewichte ich diese einzelnen Willingness-to-Pay-Drivers und kann mir sogar so ausrechnen, wie gut ich im Verhältnis zum Wettbewerb dastehe. Das ist eine Möglichkeit, die Willingness-to-Pay-Drivers, das Differenzierungsthema zu bewerten. Ich würde mich interessieren, ob ihr sowas auch schon angewandt habt und was ihr für ihre Erfahrungen gemacht habt. Und wie gut es geht.